Der FC Bayern München ist wohl an Florian Thauvin von Olympique Marseille interessiert. Einem Bericht der US-France zufolge könnte der 25-Jährige in der Zukunft die Nachfolge von Frank Ribéry oder Arjen Robben antreten. Demnach könnte schon bald ein Angebot für Thauvin in Marseille eingehen. Billig würde das für die Münchner allerdings nicht werden, rief Olympique-Präsident Jacques-Henri Eiraut doch kürzlich einen Preis von 80 Millionen Euro für seinen Offensivstar aus. Thauvin steht noch bis Sommer 2021 unter Vertrag und befindet sich aktuell in hervorragender Verfassung. Nachdem ihm im letzten Jahr 22 Tore in 35 Ligaspielen gelang, sind es in diesem Jahr bislang sechs Treffer in sieben Spielen. Der Linksfuß kommt bevorzugt über rechts, kann allerdings auch links oder zentral eingesetzt werden. FC Bayern Im Mai wurde die Vertragsverlängerung mit Robben und Ribéry bis Sommer 2019 bekannt gegeben. Punkt. 1.884 Europa League Qualifikation 313.223 Werbung Werbung